Da ist es also. Ganz unerhofft und auch unerwartet steht uns ein mögliches neues Gothic-Spiel ins Haus. Erst im Mai letzten Jahres wurden die Piranha Bytes von THQ Nordic aufgekauft. Da ploppte nun gegen Ende 2019 auch schon ein spielbarer Teaser zu einem möglichen Remake auf. Nicht von unseren Fischen, sondern einem neu gegründeten Studio von THQ Nordic, welches wohl extra für diese Lizenz geschaffen wurde. Ein Gothic ohne die Fische? Viele Veteranen haben daran eher, nun sagen wir einmal bescheidene Erinnerungen, aber das Ganze sieht hier für das, was es aktuell ist, alles andere als schlecht aus. Tatsächlich dient dieser spielbare Teaser vor allem dazu, die Stimmung der Community bezüglich eines möglichen Remakes einzufangen und auch ordentlich Feedback zu tanken. Und ich muss sagen, genau so stelle ich mir das eigentlich vor, wenn man mit einer relativ sensiblen Lizenz arbeitet und diese neu auflegen möchte. Denn machen wir uns hier nichts vor, ein Spiel wie Gothic, an welches für viele enorm viel Nostalgie gebunden ist, lässt sich nicht einfach so neu aufsetzen. Dazu gehört Fingerspitzengefühl, Verständnis für das Original und Mut. Denn man wird hier niemals alle mit einem solchen Ansatz glücklich machen können. Und das ist völlig normal. Doch wie sieht es nun eigentlich aus? Wie fand ich den Teaser, nachdem ich ihn ein wenig mehr spielte, als in meinem Instinktiv angespielt und meine Eindrücke zum Spiel auch ein wenig sacken lassen konnte? Ich kann schon vorab verraten, das Ganze macht bereits jetzt einen guten Eindruck, besitzt aber auch eine Menge Ausbaupotenzial. Doch genau dafür war dieser spielbare Teaser ja auch gedacht, um sich schon früh mit den Fans der Reihe kurz schließen zu können. Mir haben also enorm viele Aspekte und Ideen in diesem Teaser schon recht gut gefallen. Für mich also ein Zeichen, dass man hier in die richtige Richtung entwickelt hat. Doch versuchen wir das Ganze an Beispielen festzumachen und meine Eindrücke zum potenziellen Remake aufzuzeigen. Dass ein Remake Dinge wie den Einstieg ins Spiel für sich überhaupt abändert, ist durchaus diskussionswürdig. Ich liebe ja den ruppigen Einstieg des Originals. In die Kolonie geworfen und von Bullet getauft. Keine netten Worte, kein Händchen halten. Einfach der Alltag in einer Gesellschaft, die von Verbrechern begründet wurde. Das Remake wählt im spielbaren Teaser einen durchaus anderen Weg. Eine Explosion, wir fallen in die Tiefe und moppelige Snapper überfallen uns. Doch wenn ich so darüber nachdenke, steckt hier bereits eine Menge Potenzial. Denn tatsächlich macht es Sinn, dass gerade der Austauschplatz ein interessantes Angriffsziel darstellt. Im Original macht sich der beständige Kampf zwischen dem alten und dem neuen Lager in einigen Quests durchaus bemerkbar. Zwar werden Überfälle von Konvois des alten Lagers durch die Banditen des neuen Lagers lediglich erwähnt, aber es ist klar, dass diese stattfinden. Und natürlich sind die Waren, welche der König im Tausch gegen das magische Erz ins Tal schickt, für das neue Lager extrem interessant. Ein Überfall des Austauschplatzes macht also Sinn und ich hoffe, dass hier das neue Lager seine Finger im Spiel hatte. Hier sollte aber ein wenig angepasst werden. Nachdem der so enorm wichtige Austauschplatz überfallen wurde, müsste umgehend eine Streitmacht von Gardisten auftauchen, um die Lage zu sichern. Man darf ja nicht vergessen, dass das alte Lager von der Versorgung durch den König abhängig ist. Vermutlich ist dies auch einfach dem Demo-Level selbst geschuldet, als Feedback will ich es aber dennoch anbringen. Sicher ist sicher. Fassen wir also zusammen. Die Idee, dass der Austauschplatz angegriffen wird, ist gelungen und gerne werde ich mehr über die Hintergründe in Erfahrung bringen. Ob man dafür nun aber den Start ins Spiel in dieser Form abändern sollte, nun, das lässt sich nicht ganz so leicht beantworten. Das Ganze kann funktionieren. Immerhin könnte hier der schwelende Konflikt zwischen dem alten und dem neuen Lager aufgegriffen werden, welchem neue Gefangene zunächst nur schwer entgehen können. Dennoch ist es vielleicht auch ein wenig zu viel für den Start. Setzt man es gut um, kann ich aber wohl recht gut mit einer solchen Änderung leben. Im Zweifelsfalle würde ich den Angriff auf den Austauschplatz einfach in ein späteres Kapitel der Story verlegen. Was aber keineswegs leichtfertig abgeändert werden sollte, ist die Verlesung des Urteils durch den Richter und die Übergabe der Botschaft an die Feuermagier. Das ist auch deshalb interessant, weil wir den Richter im möglichen Nachfolger ja erneut treffen können. Und auch sonst zeigt sich in dieser Szene schon recht eindrucksvoll, wie der Namenloser eigentlich so gestrickt ist. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Er spart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Diego ist als erste mögliche Bezugsperson nicht zu schlecht im Teaser eingesetzt. Der Anführer der Schatten hat auch im Original immer ein Auge auf Neulinge in der Kolonie und versucht, mehr oder weniger unaufdringlich, neue Rekruten zu gewinnen. Im Teaser rettet uns Diego nicht etwa vor den Schlägen eines Bullet, sondern davor von hungrigen Snappern verputzt zu werden. Mit ihm sind dann die ersten Missionen in der Demo verknüpft, was auch im fertigen Spiel sinnhaft wäre, solange das Ganze optional bleibt. Diego besitzt ein kleines Lager in der Nähe des Austauschplatzes, was ebenfalls zu dem einfallsreichen Dieb passt. Hier hätte ich zwar ein geheimes Versteck, vielleicht in einer verborgenen Höhle bevorzugt, aber das ist auch nur eine Nebensächlichkeit. Wichtiger ist da schon das Design von Diego selbst, welches ich für weniger gelungen erachte. Hier machen sich für mich die beiden größten Kritikpunkte im Teaser bemerkbar. Die Dialoge und Charaktere. Im spielbaren Teaser hat man den abgeklärten und rauen Charme der Sträflinge bislang nicht so ganz getroffen. Diego beispielsweise mutet eher einem Musketier-Roman entsprungen an und hat wenig mit dem Haudegen zu tun, welchen wir im Original treffen. Mit ausladenden Gesten und leicht geblümter Sprache passt er nicht in die Welt der verselbstständigten Sträflingskolonie. Diego und auch die meisten Charaktere in der Kolonie waren unaufgeregte Gesellen. Direkt, nicht groß um den heißen Brei herum schwadronierend. Das Gegenteil von dem, was unser Musketier-Anwärter Diego im Teaser präsentiert. Ich verstehe durchaus die Intention dahinter, aber sie passt einfach nicht in diese Spielwelt. Hier muss dringend angepasst werden, auch wenn wir auf das Charakterdesign der anderen Bewohner der Kolonie blicken, sonst könnte das in eine ganz falsche Richtung laufen. Auch der Namlose macht mit seinen vielen Kommentaren keine allzu gute Figur. Der Held ist ja ebenfalls ein recht abgeklärter Typ, bevorzugt schnippische Kommentare und wählt in der Regel zwischen Konfrontation oder Flucht. Hier wird uns ein gänzlich anderer Ansatz präsentiert, der zu einem modernen Actionhelden passen mag, aber dem Namenlosen in keiner Weise gerecht wird. Jetzt ist es nur du und ich, mein Freund. Oh, Gott, verdammt. Oh, ich bin in einem Stück. Oh, danke Gott, kein Blut. Was ein Müll. Okay. Gut. Oh, Gott, verdammt. Lass uns die Hölle rauskommen. Oh, mein Gott. Was zur Hölle? Ich lasse es hier für einen Moment. Okay, leicht, Junge. Das sieht nicht gut aus. Was zur Hölle? Verdammt, was ein Müll. Auch wenn ich einem Remake viel künstlerische Freiheiten zugestehe, so kann man der Hauptfigur nicht ein fremdes Image aufdrücken. Hier heißt es eindeutig Hausaufgaben machen, denn immerhin soll die Essenz des Namenlosen eingefangen werden, wie wir ihn aus den Originalen kennen und lieben gelernt haben. Besser als die Charaktere präsentiert sich die größte Beispielquest. Eine unserer ersten Aufgaben ist es, uns eine ordentliche Waffe zu besorgen. Und tatsächlich ist das zerbrochene Schwert, welches wir zunächst schwingen, vor allem ein Garant dafür, dem nächsten Rudelwölfer als Mahlzeit zu dienen. Es ist also dringlich, dass wir uns besser ausstatten. Wir sollen uns umschauen und treffen früher oder später auf Caden, welcher uns ein Deal vorschlägt. Wir besorgen ihm ein Amulett und er überlässt uns die Waffe, eines der Opfer des nächtlichen Angriffs. Soweit, so generisch ist die Geschichte noch. Ich finde es erzählerisch auch etwas dämlich, dass der Held selbst die Waffe eines Toten als Belohnung einfordert, die wir ja in den ersten Spielminuten auch schon hätten nehmen können. Aber in Ordnung. Wir sollen also losziehen und dieses Amulett von seinen Kollegen besorgen. Wir stolpern also weiter durch die Welt und finden die Kerle. Die sind gerade dabei, sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Einer unterliegt und natürlich geraten nun auch wir ins Fadenkreuz. Nach dem Kampf bleibt uns die Wahl. Verschonen wir den Kerl oder geben ihm den Gnadenstoß? Keine Frage, wären wir unterlegen gewesen, hätte er uns nicht so leicht davon kommen lassen. Aber dass man uns die Wahl lässt, gefällt mir sehr. Vor allem, weil diese Entscheidung im späteren Spielverlauf durchaus Konsequenzen mit sich bringt. Lassen wir ihn am Leben, riskieren wir, dass unser Auftraggeber das nicht ganz so entspannt aufnehmen könnte. Zugleich erhalten wir die Möglichkeit, seine Wunden zu versorgen und ihm so das Leben erneut zu retten. So haben wir sicherlich etwas gut und man trifft sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben. Doch was ich wirklich gut finde, ist der Umgang mit dem Amulett, welches sich schnell als Schlüssel für ein Geheimversteck entpuppt. Und auch hier gibt es wieder unterschiedliche Wege, wie wir damit umgehen können. Folgen wir den Anweisungen von Caden, bringen wir ihm den Schlüssel und erhalten das alte Schwert. Die Waffe ist zwar ein Upgrade, aber auch nur wenig besser als unsere gebrochene Klinge zuvor. Interessanter wird es, wenn wir selbst das Versteck suchen. Dort soll nämlich auch ein Schwert zu finden sein, für uns also eine interessante Option. Wenn wir nun also das Versteck finden und freudig plündern, gibt es zwei mögliche Ausgänge unseres kleinen Raubzugs. Haben wir zuvor mit Caden gesprochen und ihn über den Verbleib des Schlüssels belogen, wird er uns am Ausgang der Höhle auflauern und zu einem der stärksten Widersacher im Teaser werden. Ließen wir den Zwischenstopp bei unserem Auftraggeber jedoch aus und brachen umgehend zum Geheimversteck auf, können wir es entspannt ausräumen, ohne die Rache eines Caden fürchten zu müssen. Auch wenn das unter Umständen bedeutet, dass andere die Suppe auslöffeln müssen. Das Ganze ist ziemlich gut gelöst, auch weil es Sinn macht. Sobald wir darüber berichten, dass wir Cadens Kollegen getötet haben, aber das Amulett bzw. der Schlüssel verschwunden bleibt, wird Caden misstrauisch und entsprechend das Versteck im Auge behalten. Überbringen wir wiederum den Schlüssel, vergessen aber einen Beweis für den Tod seines Kollegen zu liefern, wird Caden die Umgebung absuchen und schließlich fündig werden. Es gibt also eine ganze Reihe von Ereignissen, die abhängig unserer Entscheidungen eintreten können. Großartig. Für mich sollten Quests und Rollenspielen Sinn innerhalb der eigenen Spielwelt machen. Ich will nachvollziehen können, warum eine Aktion für einen Charakter wichtig ist und auch wie er darauf reagiert, wenn es nicht so läuft, wie dieser es sich wünscht. Nur so kann eine wirkliche Immersion entstehen. Diese Quest zeigte mir, dass die Entwickler hier auf einem guten Weg sind. Bitte mehr solcher Missionen. Gerne auch mit langfristigen und nur schwer zu überblickenden Konsequenzen gekoppelt. Dann würde ich mich extrem auf zahlreiche neue Missionen freuen. Denn sind wir mal ehrlich, das Original hatte, abseits der Hauptquests, recht wenig Nebenmissionen und Aufgaben. Hier bleibt also sehr viel Raum für das Remake, sich frei zu entfalten und ganz eigene Wege zu beschreiten. Kommen wir nun zur Optik. Die Grafik von Spielen ist ja generell ein Aspekt, an dem sich die Geister durchaus scheiden. Ich persönlich liebe die Grafik des Originals, bin aber durchaus offen, das Ganze in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Die vielen Grafik-Mods da draußen beweisen zudem, dass ich mit dieser Einstellung nicht ganz alleine bin. Und natürlich muss ein Remake auch einfach die technischen Möglichkeiten seiner Zeit ausnutzen. Sonst kann man sich den Aufwand auch direkt sparen. Doch bedeutet eine modernisierte Grafik nicht, es komplett anders zu machen. Dem Stil des Originals muss man eben auch optisch treu bleiben. Ideen des Originals sollten dabei eingefangen und mit aktuellen Mitteln interpretiert und adaptiert werden. Und ich muss sagen, an einigen Stellen gelingt das dem Teaser schon recht gut. Das Tor und der Weg zum Austauschplatz wurden stellenweise grandios umgesetzt und in Szene gesetzt. Es war für mich ein toller Moment, diese altbekannten Orte ganz neu zu entdecken. Die große Tempelanlage sieht ebenfalls recht stimmig aus und passt in die Kolonie. Immerhin fanden sich auch schon im Original eine ganze Reihe alter Tempel und Ruinen. Jedoch empfinde ich den Tempel hier deplatziert. Direkt am Austauschplatz wirkt das Ganze zu gewaltig. An anderer Stelle könnte sich diese Anlage jedoch gut in die Spielwelt einfügen. Allgemein erachte ich den Ansatz, bekannte Orte zu ergänzen und entsprechend zu vergrößern als gut. Ich will ja am Ende nicht eins zu eins das gleiche Spiel. Ich erwarte eine modernisierte und eben auch erweiterte Version des Originals. Ich möchte neue Orte entdecken und zugleich Altbekanntes wiedererkennen. Schafft man es dabei, die Stimmung der Welt nicht zu verfälschen, kann das wirklich gut werden. Also weg mit dem Tempel vom Austauschplatz. Stattdessen wären ein paar aufgegebene Minenschächte, alte Lagerplätze und vielleicht auch geheime Wege ins Tal eine interessante Möglichkeit, das Startgebiet sinnvoll zu erweitern. Die Grafik als solche ist ebenfalls nicht schlecht. Ich weiß, dass einige damit nicht viel anfangen können, das verstehe ich, mir gefällt es aber stellenweise schon recht gut. Allgemein ist alles noch zu hell und sauber, ein Gothic muss düster und schmutzig sein. Hier also bitte nochmal nachbessern, dann funktioniert die Grafik aber auch. Wie gut es funktionieren kann, zeigt mir die Gardistenrüstung. Diese sieht einfach fantastisch aus. Was ich weniger verstehe, getragen wird sie hier von zahlreichen Schatten. Hoffentlich ist auch dieser Umstand dem Teaser geschuldet und die Schatten erhalten im fertigen Spiel ihre eigenen Rüstungen, die sich dann eher im Stil von Diego's Rüstung orientieren. Auch die schwere Gardistenrüstung, wie sie Bloodwind zur Schau trägt, ist alles in allem stimmig. Lediglich das Visier des Helms sollte nicht geschlossen sein. Jeder, der schon selbst mal einen solchen Helm trug, wird wissen, dass man das Visier nur dann schließt, wenn es wirklich notwendig wird. Nämlich im Kampf. Aber in Ordnung, ich gebe es zu, dass es Meckern auf hohem Niveau. Anders steht es da um die helle Barde, die Bloodwind mit sich führt. Diese dient wohl eher der Zierde und wirkt nicht so, als könne man sich da mit Monster oder gar Feinde vom Hals halten. Solche Dinge passen nicht in eine Sträflingskolonie. Das gleiche gilt für die zahlreichen Flaggen, welche überall am Austauschplatz zu finden sind. Es mag ja stimmen, dass das alte Lager die Rüstungen und sicherlich auch Flaggen der königlichen Truppen übernahm. Jedoch sollten diese nicht in bestem Zustand sein und hundertfach überall aushängen. Ebenfalls enttäuschend das Design der Snapper und Scavenger. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich besonders zu den großen Laufvögeln eine ganz spezielle Beziehung habe. Im Teaser wurde nun das Design der beiden eigentlich völlig unterschiedlichen Kreaturen in einen Topf beworfen. Am Ende sind Snapper einfach etwas größere Scavenger, wie Diego es formuliert. In meinem ersten Spieldurchlauf merkte ich nicht mal, als ich erstmals auf Scavenger traf. Ein Paradebeispiel für das, was ich von einem Remake keinesfalls sehen möchte. Statt sich mit den originalen Designs der Monster zu beschäftigen und diese mit aktuellen Möglichkeiten darzustellen, hat man sich für generische Raptoren-Monster entschieden und dabei direkt zwei typische Kreaturen der Gothic-Welt eingestampft. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Besonders den Scavengern fehlt hier jegliche Identität. Da muss dringend nachgebessert werden. Dennoch gefällt mir die Optik des Teasers. Es wird nochmal entscheidend, wie gut die Entwickler es schaffen, den Stil des Originals über das gesamte Spiel verteilt einzufangen. Im Teaser gelingt das ja aktuell nur stellenweise. Aber wenn es mal funktioniert, dann sieht es auch wirklich ganz passabel aus. Ich habe also die Hoffnung, dass sie mit Hilfe des Feedbacks der Fans in der Lage sind, die richtigen Schrauben zu drehen, um das Remake grafisch ins richtige Licht zu rücken. Kommen wir nun zum letzten Aspekt, dem ich mich in diesem Video zuwenden möchte. Dem Gameplay. Zunächst zur Steuerung. Diese ist alles in allem funktional. Wir laufen, sprinten, klettern und kriechen innerhalb der Spielwelt ohne große Probleme. In Ordnung. Bezüglich des Kletterns würde ich mir etwas mehr Toleranz wünschen. Da passiert es doch zu oft, dass ich dusselig vor einem Vorsprung herumhüpfe, statt an ihm empor zu klettern. Aber alles in allem solide. Darauf lässt sich ein Spiel aufbauen. Gegenstände und Pflanzen, welche wir innerhalb der Spielwelt aufsammeln können, werden mit einem Marker ausgestattet, der immer dann aufploppt, wenn wir uns nähern. Mich stören diese offensichtlichen Markierungen etwas, einfach weil sie mich aus der Spielwelt reißen. Ich könnte auch ganz gut ohne erkennen, was ich aufheben kann und was vermutlich nicht. Im Original ging es ja auch ohne. Ein optionales Abschalten der Marker würde hier aber wohl schon genügen. Kommen wir ganz kurz zur Steuerung des Dialogsystems. Dieses wird mit unseren Richtungstasten gehandelt. Das Ganze funktioniert, auch wenn bei komplexeren Dialogen die Übersichtlichkeit leidet, weil die Antwortoptionen nun verschachtelt sind. Aber letztlich kann ich mit diesem Ansatz leben. Problematischer ist die Steuerung im Inventar. Hier kommen die Tasten Q und E zum Einsatz, um zwischen den Oberkategorien zu wechseln. Mit unseren Steuerungstasten bewegen wir uns durch die Unterkategorien und Inventarspalten. So weit, so gut. Ausrüstung wird wiederum mit Space angelegt. Verbrauchsgüter können mit Z benutzt und ebenfalls mit Space ins Schnellinventar verlagert werden. Komischerweise funktioniert da die Maus. Mit X können wir den ganzen Krempel aus dem Inventar schmeißen. Das ist stellenweise der absolute Graus. Meine dringende Empfehlung, implementiert eine Maussteuerung, damit ich mit dieser die vielen Kategorien direkt ansteuern kann. Alles andere ist unpraktikabel und fühlt sich sperriger an, als es sein müsste. Loben möchte ich aber die vielen Details, welche in das gesamte Inventar geflossen sind. Gegenstände werden toll dargestellt und sind mit allerlei Informationen ergänzt. Ähnliches gilt für unsere Missionen, entdeckte Orte oder bekannte Personen. Und das gefällt mir schon ziemlich gut. Damit lässt sich arbeiten. Meine abschließende Empfehlung, entschlackt das Inventar ein wenig und sorgt für mehr Übersicht. Implementiert eine direkte Maussteuerung und dann wird das eine runde Sache. Für einen Prototypen bereits sehr gelungen, das Kampfsystem. Ich gebe es zu, es war keine Liebe auf den ersten Blick. Aber nach einiger Spielzeit schätze ich die Kämpfe im spielbaren Teaser sehr. Das System ist relativ komplex und zum Glück kein stumpfes Tastengeaue. Stattdessen müssen wir auf die Schläge unserer Gegner reagieren, parieren, ausweichen, gezielt eigene Treffer setzen und dabei auch noch unsere Ausdauer im Auge behalten. Hier hat man sich meiner Meinung nach durchaus am Original orientiert und das Ganze modern interpretiert. Also das, was ich von einem Remake erwarte. Die Kämpfe machen Spaß, fühlen sich gegen menschliche Kontrahenten wuchtig an und können durchaus fordernd sein. Schade ist aber, Gegner wie Caden können aktuell nicht bezwungen werden. Sobald Caden nämlich kurz davor ist, das Zeitliche zu segnen, wird er komplett geheilt. Und zwar immer wieder. Das ist hoffentlich dem Teaser geschuldet, denn das Kampfsystem selbst ermöglicht es ja eigentlich, durch geschicktes Blocken und Ausweichen auch deutlich stärkere Gegner zu bezwingen. Kämpfe gegen Monster fühlen sich währenddessen noch nicht ganz so rund an. Wir stehen ein wenig zu steif herum, während uns Wölfe oder Snapper freudig umkreisen. Es fehlt hier an weiteren Bewegungsoptionen im Kampf, um diese dynamischer zu machen. Gut sind währenddessen die besonderen Attacken der Viecher gelungen. Wölfe springen uns an die Kehle und Snapper haben einen Sprungangriff drauf, der ordentlich Schaden macht. Das sieht nicht nur cool aus, sondern gestaltet die Kämpfe auch abwechslungsreicher. Diesen Ansatz sollte man unbedingt weiter durchziehen und den unterschiedlichen Monstern der Spielwelt individuelle Taktiken verpassen. Im Ansatz war das ja auch im Original schon vorhanden. Hier kann man also gerne weiter ausbauen. Beeinflusst werden die Kämpfe durch dauerhafte oder temporäre Buffs, die wir durch Ausrüstung, Tränke oder Nahrung erhalten. Dadurch können wir zeitweise unsere Regeneration von Ausdauers steigern, bestimmte Attributwerte erhöhen oder Lebenspunkte auffüllen. Das finde ich tatsächlich gut, weil wir uns so auf besonders schwierige Kämpfe vorbereiten können. Was ich weniger gelungen finde, auch mitten im Kampf können wir entspannt ins Inventar oder per Schnellzugriff ein saftiges Scavenger-Sandwich verputzen. Wir leuchten grün und schon sind Lebenspunkte aufgefrischt. Das nimmt sehr viel Intensität aus den Kämpfen. Ich würde es wohl besser finden, wenn das Spiel nicht pausiert, wenn wir im Inventar gammeln. Dann würde der Schnellzugriff auch mehr Sinn ergeben. Zusätzlich sollte das Essen von Lebensmitteln oder das Trinken von Tränken zwingend mit einer Animation verknüpft werden. Das sieht nicht nur besser aus, sondern macht auch mehr Sinn. Wer Scavenger-Keulen vertilgt oder eine Nordmarsuppe schlürft, kann in diesem Moment ja nur bedingt ein Schwert führen. Wir müssten also unsere Deckung vernachlässigen, um mitten im Kampf Lebenspunkte zu tanken. Ein solcher Ansatz würde mehr Bewegung ins Spiel bringen und zugleich dafür sorgen, dass wir uns auch vor einem Kampf Gedanken machen müssen, welche Boni und Buffs wir gerne im Kampf hätten. Alles in allem halte ich das Konzept des Kampfsystems für sehr gelungen. Das Ganze macht bereits in diesem Prototypen Spaß und wenn man es weiter ausbaut und mit dem nötigen Feinschliff versieht, könnten die Kämpfe ein ziemliches Highlight im fertigen Spiel werden. Abschließend wollen wir uns den, ich nenne es mal ergänzenden Gameplay-Mechaniken widmen. Im Teaser können wir bereits Schlösser öffnen, schmackhafte Gerichte kochen, wilde Tiere mit Fleisch anlocken und, ganz besonders wichtig, Fleischschwanzen zerstampfen. Ganz kurz zu den einzelnen Aspekten. Das Schlösserknacken ist aktuell nicht mehr als eine Animation. Wir benötigen zwar einen Dietrich, allerdings gibt es keine echte Interaktion mit dem Schloss selbst. Für den Teaser mag das noch voll in Ordnung sein, im fertigen Spiel dann aber bitte mit einem Schlösserknackensystem. Viele Gerichte lassen sich im Teaser noch nicht zubereiten, aber der Ansatz ist völlig in Ordnung. Die Nordmarsuppe bekommt solide 3 von 5 Scavenger Gourmetkoilen. Wilde Tiere mit Fleisch zu locken? Tja, diese Idee stammt tatsächlich aus der Konzeptphase vom Original. Ein früher Screenshot der damaligen Alpha zeigt beispielsweise einen Gardisten, wie er mit einem Wolf anbandelt. Im jetzigen spielbaren Teaser können wir wilde Tiere zwar nur anlocken, nicht etwa freundlich stimmen, aber ich finde es spannend, dass man sich mit diesem Aspekt auseinandergesetzt zu haben scheint. Verknüpft man das Ganze nun vielleicht noch mit der Option Tiere zu betäuben oder zu vergiften, könnte dieses Feature das Gameplay sehr gut ergänzen. Der letzte Punkt, Fleischwanzen zertreten, ein nettes kleines Feature, was ich mehr genossen habe, als ich sollte. Es ist halt einfach angenehm, solche Plagegeister mit einem ordentlichen Tritt loszuwerden. Wie lautet nun also mein Fazit zum spielbaren Teaser? Ich muss sagen, je länger ich mich mit diesem Prototypen beschäftigte, desto mehr Gefallen fand ich an ihm. Es gibt, wie im Video gezeigt, wirklich noch sehr viele Baustellen, aber ich habe die Hoffnung, dass diese in dieser frühen Entwicklungsphase noch behoben werden können. Wirklich entscheidend ist es nun, wie gut die Entwickler das Feedback von uns Fans verarbeiten können. Klar wurde mir jedoch auch, keinesfalls wird man die Spielerfahrung des Originals perfekt einfangen können. So etwas lässt sich einfach nicht reproduzieren. Stattdessen hoffe ich auf eine gelungene Interpretation, welche es schafft, Bekanntes und Neues im richtigen Maße zu mischen, sodass es mich erneut in die liebste Spielwelt meiner Kindheit reißt. Ich glaube zudem, die Entwickler könnten sich sehr viel Druck von den Schultern nehmen, wenn sie statt eines Remakes an einem Prequel arbeiten würden. Aber das nur so am Rande. Am Ende kann ich nur sagen, ich habe Hoffnung, dass ich dieses Remake den Namen Gothic verdienen könnte. Es muss dafür noch viel getan werden, aber ich denke, alles wird gut. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft! Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester und hör auf, so dämlich zu grinsen. Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren, oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen.